Es ist gewöhnlich, in jenen Gegenden den Verunglücken die Ruhe im Grabe abzusprechen. Der alte Merkel war das Gespenst des Brederholzes geworden. Einen Betronkenen führte er als ehrlich bei einem Haar in den Zellerkolk. Die Hirtenknaben, wenn sie nachts bei ihren Feuern kauerten und die Eulen in den Gründen schrien, hörten zuweilen in abgebrochenen Tönen ganz deutlich dazwischen sein. »Hör mal an, feines Liesekinden!« Und ein unprivilegierter Holzhauer, der unter der breiten Eiche eingeschlafen und dem es darüber Nacht geworden war, hatte beim Erwachen sein geschwollenes, blaues Gesicht durch die Zweige lauschen sehen. Friedrich mußte von anderen Knaben vieles darüber hören. Dann heulte er, schlug um sich, stach auch einmal mit seinem Messerchen und wurde bei dieser Gelegenheit jämmerlich geprügelt. Seitdem trieb er seiner Mutter Kühe allein an das andere Ende des Tales, wo man ihn oft stundenlang in derselben Stellung im Grase liegen und den Thymian aus dem Boden rupfen sah. Er war zwölf Jahre alt, als seine Mutter einen Besuch von ihrem jüngeren Bruder erhielt, der in Brede wohnte und seit der törichten Heirat seiner Schwester ihre Schwelle nicht betreten hatte. Simon Semmler war ein kleiner, unruhiger, magerer Mann, mit vor dem Kopf liegenden Fischaugen und überhaupt einem Gesicht wie ein Hecht, ein unheimlicher Geselle, bei dem dicktunde Verschlossenheit oft mit ebenso gesuchter Treuherzigkeit wechselte, der gern einen aufgeklärten Kopf vorgestellt hätte, und stattdessen für einen fatalen, händelsuchenden Kerl galt, dem jeder um so lieber aus dem Wege ging, je mehr er in das Alter trat, wo ohnehin beschränkte Menschen leicht an Ansprüchen gewinnen, was sie an Brauchbarkeit verlieren. Dennoch freute sich die arme Magritte, die sonst keinen der ihrigen mehr am Leben hatte. »Simon, bist du da?« sagte sie und zitterte, daß sie sich am Stuhl halten mußte. »Willst du sehen, wie's mir geht und meinem schmutzigen Jungen?« Simon betrachtete sie ernst und reichte ihr die Hand. »Du bist alt geworden, Magritte.« Magritte seufzte. »Es ist mir derweil auf bitterlich gegangen, mit allerlei Schicksalen.« »Ja, Mädchen, zu spät gefreut, hat immer gerollt. Jetzt bist du alt und das Kind ist klein. Jedes Ding hat seine Zeit, aber wenn ein altes Haus brennt, dann hilft kein Löschen.« Über Magrits verkrömtes Gesicht flog eine Flamme so rot wie Blut. »Aber ich hör, dein Junge schlau und gewichst«, fuhr Simon fort. »Ei, nun so ziemlich und dabei fromm.« »Hums, hat mal einer eine Kuh gestohlen, der hieß auch fromm. Aber er ist still und nachdenklich nicht wahr, er läuft nicht mit den anderen Buben.« »Er ist ein eigenes Kind«, sagte Magritte wie für sich. »Es ist nicht gut.« Simon lachte hell auf. »Dein Junge ist scheu, weil ihn die anderen ein paar Mal gut durchgedroschen haben. Das wird ihn der Bursche schon wieder bezahlen. Hülsfeier war noch nicht bei mir. Der sagte, es ist ein Junge wie ein Reh.« Welcher Mutter geht das Herz nicht auf, wenn sie ihr Kind loben hört? Der armen Magritte ward selten so wohl. Jedermann nannte ihren Jungen tückisch und verschlossen. Die Tränen traten ihr in die Augen. »Ja, Gottlob, er hat gerade Glieder.« »Wie sieht er aus?« fuhr Simon fort. »Er hat viel von dir, Simon, viel.« Simon lachte. »Ei, das muss ein rarer Kerl sein. Ich werde alle Tage schöner. An der Schule soll er sich wohl nicht verbrennen. Du läßt ihn die Kühe hüten? Ebenso gut. Es ist auch nicht halb wahr, was der Magister sagt. Aber wo hütet er? Im Telgengrund, im Roderholze, im Teutoburger Wald, auch des Nachts und Früh.« »Die ganzen Nächte durch. Aber wie meinst du das?« Simon schien dies zu überhören. Er reckte den Hals zur Türe hinaus. »Ei, da kommt der Gesell, Vaters Sohn.« »Schlenkert gerade so mit den Armen wie dein seliger Mann. Und schau mal an, wahrhaftig, der Junge hat meine blonden Haare.« In der Mutterzüge kam ein heimliches, stolzes Lächeln. »Ihres Friedrichs blonde Locken und Simons rötliche Bürsten.« Ohne zu antworten, brach sie einen Zweig von der nächsten Hecke und ging ihrem Sohn entgegen, scheinbar eine träge Kuh anzutreiben, im Grunde aber ihm einige rasche, halb drohende Worte zuzurauen, denn sie kannte seinen störrischen Natur, und Simons Weise war ihr heute einschüchternder vorgekommen als je. Doch ging alles über Erwachten gut. Friedrich zeigte sich weder verstockt noch frech, vielmehr etwas blöde und sehr bemüht, dem Ohm zu gefallen. So kam es denn dahin, dass nach einer halbstündigen Unterredung Simon eine Art Adoption des Knaben in Vorschlag brachte, vermöge deren er denselben zwar nicht gänzlich seiner Mutter entziehen, aber doch über den größten Teil seiner Zeit verfügen wollte, wofür ihm dann am Ende des alten Junggesellen Erbe zufallen solle, das ihm freilich ohne dies nicht entgehen konnte. Margret ließ sich geduldig auseinandersetzen, wie groß der Vorteil, wie gering die Entbehrung ihrerseits bei dem Handel sei. Sie wußte am besten, was eine kränkliche Witwe an der Hülfe eines zwölfjährigen Knaben entbehrt, den sie bereits gewöhnt hat, die stelle einer Tochter zu ersetzen. Doch sie schwieg und gab sich in alles, nur bat sie den Bruder streng, doch nicht hart gegen die Knaben zu sein. »Er ist gut«, sagte sie, »aber ich bin eine einsame Frau, mein Kind ist nicht wie einer, über den Vater antregiert hat.« Simon nickte schlau mit dem Kopf. »Lass mich nur gewähren, wir wollen uns schon vertragen. Und weißt du was? Gib mir den Jungen gleich mit, ich hab zwei Säcke aus der Mühle zu holen, der Kleinste ist ihm grad recht und soll hinter mir zur Hand gehen. Komm, Fritzchen, zieh deine Holzschuhe an.« Und bald sah Margret den beiden nach, wie sie fortschritten, Simon voran mit seinem Gesicht die Luft durchschneidend, während ihm die Schöße des roten Rocks wie Feuerflammen nachzogen. So hatte er ziemlich das Ansehen eines feurigen Mannes, der unter dem gestohlenen Sack gebüßt. Friedrich ihm nach, fein und schlank für sein Alter, mit zachten, fast edlen Zügen und langen, blonden Locken, die besser gepflegt waren, als sein Übrigens äußerer erwarten ließ, Übrigens zerlummt, sonnenverbrannt und mit dem Ausdruck der Vernachlässigung und einer gewissen rohen Melancholie in den Zügen. Dennoch war eine große Familienähnlichkeit beider nicht zu verkennen, und wie Friedrich so langsam seinem Führer nachtrat, die Blicke fest auf denselben geheftet, der ihn gerade durch das Seltsame seiner Erscheinung anzog, erinnerte er unwillkürlich an jemand, der in einem Zauberspiegel das Bild seiner Zukunft mit verstörter Aufmerksamkeit betrachtet. Jetzt nahten die beiden sich der Stelle des Teutoburger Waldes, wo das Brederholz den Abhang des Gebirges niedersteigt und einen sehr dunklen Grund ausfüllt. Bis jetzt war wenig gesprochen worden. Simon schien nachdenkend, der Knabe zerstreut, und beide keuchten unter ihren Säcken. Plötzlich fragte Simon, trinkst du gern Brandwein? Der Knabe antwortete nicht. Ich frage, trinkst du gern Brandwein? Gib dir die Mutter zuweilen welchen. Die Mutter hat selbst keinen, sagte Friedrich. So, so, desto besser. Kennst du das Holz da vor uns? Das ist das Brederholz. Weißt du auch, was darin vorgefallen ist? Friedrich schwieg. Indessen kam sie der düsteren Schlucht immer näher. Betet die Mutter noch so viel? Hub Simon wieder an. Ja, jeden Abend zwei Rosenkränze. So, und du betest mit? Der Knabe lachte halb verlegen mit einem durchtriebenen Seitenblick. Die Mutter betet in der Dämmerung vor dem Essen den einen Rosenkranz, dann bin ich meist noch nicht wieder da mit den Kühen, und den anderen im Bett, dann schlafe ich gewöhnlich ein. So, so, Geselle. Diese letzten Worte wurden unter dem Schirme einer weiten Buche gesprochen, die den Eingang der Schlucht überwölbte. Es war jetzt ganz finster. Das erste Mondviertel stand am Himmel, aber seine schwachen Schimmer dienten nur dazu, den Gegenständen, die sie zuweilen durch eine Lücke der Zweige berührten, ein fremdartiges Ansehen zu geben. Friedrich hielt sich dicht hinter seinem Ohrm. Sein Odem ging schnell, und wer seine Züge hätte unterscheiden können, würde den Ausdruck einer ungeheuren, doch mehr phantastischen als furchtsamen Spannung darin wahrgenommen haben. So schritten beide rüstig voran, Simon mit dem festen Schritt des abgehärteten Wanderers, Friedrich schwankend und wie im Traum. Es kam ihm vor, als ob alles sich bewegte, und die Bäume in den einzelnen Mondstrahlen bald zusammen bald voneinander schwankten. Baumwurzeln und schlüpfrige Stellen, wo sich das Wegwasser gesammelt, machten seinen Schritt unsicher. Er war einige Male nahe daran zu fallen. Jetzt schien sich in einiger Entfernung das Dunkel zu brechen, und bald traten beide in eine ziemlich große Lichtung. Der Mond schien klar hinein und zeigte, dass sie noch vor kurzem die Axt unbarmherzig gewütet hatte. Überall ragten Baumstümpfe hervor, manche mehrere Fuß über der Erde, wie sie gerade in der Eilam bequemst zu durchschneiden gewesen waren. Die verpönte Arbeit mußte unversehens unterbrochen worden sein, denn eine Buche lag quer über dem Pfad in vollem Laube, ihre Zweige hoch über sich streckend und im Nachtwinde mit den noch frischen Blättern zitternd. Simon blieb einen Augenblick stehen und betrachtete den gefällten Stamm mit Aufmerksamkeit. In der Mitte der Lichtung stand eine alte Eiche, mehr breit als hoch, ein blasser Strahl, der durch die Zweige auf ihren Stamm fiel, zeigte, dass er holt sei, was ihn wahrscheinlich vor der allgemeinen Zerstörung geschützt hatte. Hier ergriff Simon plötzlich des Knaben Arm. »Friedrich, kennst du den Baum?« »Das ist die breite Eiche.« Friedrich fuhr zusammen und klammerte sich mit kalten Händen an seinen Ohm. »Sie«, fuhr Simon fort, »hier haben Ohm Franz und der Hülsmeier deinen Vater gefunden, als er in der Betrunkenheit ohne Buße und Ölung zum Teufel gefahren war.« »Ohm, Ohm«, keuchte Friedrich. »Was fällt dir ein? Du wirst dich doch nicht fürchten. Satan von deinem Jungen, du knallst mir den Arm. Lass los, los!« Er suchte den Knaben abzuschütteln. »Dein Vater war übrigens eine gute Seele. Gott wird's nicht so genau mit ihm nehmen. Ich hatte ihn so lieb wie meinen eigenen Bruder.« Friedrich ließ den Arm seines Ohms los. Beide legten schweigend den übrigen Teil des Waldes zurück, und das Dorf Brede lag vor ihnen mit seinen Lehmhütten und den einzelnen besseren Wohnungen von Ziegelstein, zu denen auch Simons Haus gehörte. Am nächsten Abend saß Margret schon seit einer Stunde mit ihrem Rocken vor der Tür und wartete auf ihren Knaben. Es war die erste Nacht, die sie zugebracht hatte, ohne den Atem ihres Kindes neben sich zu hören, und Friedrich kam noch immer nicht. Sie war ärgerlich und ängstlich und wußte, dass sie beides ohne Grund war. Die Uhr im Turm schlug sieben. Das Vieh kehrte heim. Er war noch immer nicht da, und sie mußte aufstehen, um nach den Kühen zu schauen. Als sie wieder in die dunkle Küche trat, stand Friedrich am Herde. Er hatte sich vornüber gebeugt und wärmte die Hände an den Kohlen. Der Schein spielte auf seinen Zügen und gab ihnen ein widriges Ansehen von Magerkeit und ängstlichem Zucken. Margret blieb in der Tennentür stehen. So seltsam verändert kam ihr das Kind vor. »Friedrich, wie geht's dem um?« Der Knabe murmelte einige unverständliche Worte und drängte sich dicht an die Feuermauer. »Friedrich, hast du das Reden verlernt? Junge, tu das Maul auf, du weißt ja doch, dass ich auf dem rechten Ohr nicht gut höre.« Das Kind erhob seine Stimme und geriet dermaßen in Stammeln, dass Margret es um nichts mehr begriff. »Was sagst du?« »Ein Gruß von Meister Semmler. Wieder fort? Wohin? Die Kühe sind schon zu Hause.« »Verfluchter Junge, ich kann dich nicht verstehen. Warte, ich muss einmal sehen, ob du keine Zunge im Mund hast.« Sie trat heftig einige Schritte vor. Das Kind sah zu ihr auf mit dem Jammerblick eines armen, halbwüchsigen Hundes, der Schildwart stehen lernt und begann in der Angst, mit den Füßen zu stampfen und den Rücken an der Feuermauer zu reiben. Margret stand still. Ihre Blicke wurden ängstlich. Der Knappe erschien ihr wie zusammengeschrumpft. Auch seine Kleider waren nicht dieselben. Nein, das war ihr Kind nicht. Und dennoch. »Friedrich, Friedrich!« rief sie. In der Schlafkammer klappte eine Schranktür, und der Gerufene trat hervor. In der einen Hand eine sogenannte Holzschenvioline, das heißt einen alten Holzschuh mit drei bis vier zerschabten Geigenseiten überspannt, in der anderen ein Bogen ganz des Instruments würdig. So ging er gerade auf sein verkrümmtes Spiegelbild zu, seinerseits mit einer Haltung bewusster Würde und Selbstständigkeit, die in diesem Augenblicke den Unterschied zwischen beiden sonst merkwürdig ähnlichen Knaben stark hervortreten ließ. »Da, Johannes!« sagte er und reichte ihm mit einer Gönnermine das Kunstwerk. »Das ist die Violine, die ich dir versprochen habe. Mein Spielen ist vorbei. Ich muss jetzt Geld verdienen.« Johannes warf noch einmal einen scheuen Blick auf Margret, streckte dann langsam seine Hand aus, bis er das dargebotene Fest ergriffen hatte, und brachte es wie verstohlen unter die Flügel seines armseligen Jäckchens. Margret stand ganz still und ließ die Kinder gewähren. Ihre Gedanken hatten eine andere, sehr ernste Richtung genommen, und sie blickte mit unruhigem Auge von einem auf den anderen. Der fremde Knabe hatte sich wieder über die Kohlen gebeugt mit einem Ausdruck augenblicklichen Wohlbehagens, der an Albernheit grenzte, während in Friedrichs Zügen der Wechsel eines offenbar mehr selbstischen als gutmütigen Mitgefühl spielte, und sein Auge in fast glasartiger Klarheit zum ersten Male bestimmt den Ausdruck jenes ungebändigten Ehrgeizes und Hanges zum Großton zeigte, der nachher als so starkes Motiv seiner meisten Handlungen hervortrat. Der Ruf seiner Mutter störte ihn aus Gedanken, die ihm ebenso neu als angenehm waren. Sie saß wieder am Spinnrad. »Friedrich«, sagte sie zögernd, »sag einmal« und schwieg dann. Friedrich sah auf und wandte sich daher nichts weiter, vernahm wieder zu seinem Schützling. »Nein, höre«, und dann leise. »Was ist das für ein Junge? Wie heißt er?« Friedrich antwortete ebenso leise. »Das ist das Ohm Simon Schweineherd, der eine Botschaft an den Hülsmeier hat. Der Ohm hat mir ein paar Schuhe und eine Weste von Drillich gegeben. Die hat mir der Junge unterwegs getragen. Dafür habe ich ihm meine Violine versprochen. Er ist ja doch ein armes Kind. Johannes heißt er.« »Nun«, sagte Margrit, »was willst du, Mutter?« »Wie heißt er weiter?« »Ja, weiter nicht, oder Vater, doch?« »Niemand.« »Johannes Niemand« heißt er. »Er hat keinen Vater«, fügte er leise hinzu. Margrit stand auf und ging in die Kammer.